Ladenhüter oder Erfolgsmodell. Auf der Dubai Airshow entscheidet sich in den kommenden Tagen, wie der Riesen-Airbus A380 in die Geschichte eingehen wird. Für den Hersteller drängt die Zeit. Schon seit Jahren gab es keine Großbestellung mehr für den A380. Der Auftakt in Dubai jedenfalls lief für Airbus schlecht. Am ersten Tag stahl Boeing dem europäischen Konkurrenten die Schu.